mahlzeit leute hier ist der pink panther und der lost aiming wir spielen eine runde flugzeug fliegen quatsch nein wir fliegen die erste runde fliege ich zweite runde fliegt er schauen wir mal was wir zu rande kriegen wir haben eben schon mal ein bisschen getestet und es ging ganz gut wir spielen gegen unsere community was geht am ersten sehe ich schon aber das ist zu weit weg markiert einen jetzt ist er in reichweite der gerade gefährt den ja er ist ausgestiegen ausgestiegen ja oder wurde rausgeschossen beziehungsweise ja wahrscheinlich was direkt über unsere sonne kämpft jetzt mit einem er hat uns im visier er kommt runter hinter uns der sind uns der sind uns drin drin links der sind das über uns da kämpft es mit dem anderen ein absturz wollen ja nicht gleich irgendwie gleich beim ersten mal pute gehen hier nicht mehr geschafft ja nicht vorher auch das gibt es doch nicht ach komm schon jawohl da hab ich da kommt direkt einer vorne um die eck der brennt schon da geht er auch da so ich lag gerade durch da kommt der tv in der mitte durch schade dass die jungs hier nicht markieren das wäre natürlich cool so da hinten haben wir schon mal einen ja durch die mitte kommt jetzt einer genau ja den holen wir uns jetzt direkt der ist down naja ich hab mir jetzt gerade den rest gegeben direkt vor uns kommt eine tv ah knapp drüber jetzt gehst du nicht naja dann geb ich feuer naja der ist down hast du auf dem zeppelin zerschellt sehr schön nehmen wir mal hier die flagge ein jetzt kriegen wir da auch die maske ah Hilfe was ist das oh 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 geht noch 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 einfach nach unten wegdrehen ich hab kein feuerlasche dran wir haben nur noch 8 gesundheit das wars wir zählen runter 321 nicht meins da hat er uns erwischt so next hubschrauber rechts oben sitzt drin jo gucken wir mal senken wir schauen was haben wir da hinten ja im ende haben wir noch die flagge oder noch haben wir die flagge noch flagge auf unsere seite so vielleicht kriegst du jetzt schon den ersten hier mit der tv guck mal geh mal raus eventuell den kollegen da vorne ja oh da kommt schon einiges an zeug sein oh ja eh das gibt es noch nicht du darfst halt da durch die gegenden oder was direkt vor uns der visiert an muss nachladen tvs einen hab ich erwischt der andere ist dauernd unter uns ist auch noch einer hinter uns ist vielleicht rechts vor uns direkt schieß mal vor uns direkt der ist dauernd hinter uns ist jetzt einer wow ich muss abhauen ja ja direkt über uns über uns ist einer ja aber ich komm sonst auf die ah mit der tv keine los auf die erde ach komm der hat geflaert dem schicke ich jetzt mal zwei raketen hinterher was der flärt noch die geht mit ach komm ah der tv trist die doch nicht ey Achtung der schießt auf uns er ist down schon und der nächste markier mal ein bisschen durch die gegend naja da kommt einer uuua die schnell abhauen ach so der hat gar nicht auf uns geschossen ne aber der hat einen kassiert Achtung der schießt noch was tv kommt auf uns den anderen habe ich da unten oh da sind einige da ist einer oh ja ah komm flieg doch rein oh ja direkt vor mir und auch drüber das gibt's doch nicht ja der ist raus nur noch der schütze drin Achtung tv kommt genau rüber 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 ja schön da ist der berghalt gold wert Achtung über uns markiert ja der eine ist down ok der andere ist auch down sehr schön dann jetzt mal die flagge eingehen da hinten kommt einer schau mal ob ich das mal mit der TV was treff ja treffer und noch einen oben den noch ah wow den hab ich direkt vor die Nase geflogen und hab denen die Zuni-Raketen erstmal schön eingeschenkt da kommt was da kommt was der hat geflared ja ja ich hab auch geflared ich hab geflared ok klapp mal nach scheiße oh ja hinter uns jetzt krieg ich zwei glück ach schade ach Mist wie steht's denn na joo wir machen uns gut joo läuft ich hab 6 kills oder was hab ich jetzt gar nicht gesehen nochmal rechts oben mhm jetzt tauchen wir mal von hier auf also hier hätten sie die range dass man ein bisschen höher fliegen kann ruhig ein bisschen größer machen können ja ja schieß mal treffer sehr geil unten links ja der kommt rechts unten eine Rakete raus treffer unten rechts ist ziemlich beschädigt ich geb dir noch den Rest ok der ist down sehr schön dann nehmen wir den da vorne sind zwei stück zwei stück aber nur der eine schießt auf uns der ist down der zweite jetzt hier boom und der hat von mir noch eine Rakete kassiert das ist direkt noch einer unter uns der ist jetzt hinter uns ich hab wieder keine Flares mehr ich muss erstmal ah der ist auch glaub ich down oder ne der kommt da ja jetzt ist er down da kommen die nächsten feuer frei jawoll mit der Zuni Rakete zweimal schon getroffen pass auf unter uns der fliegt unter uns lang ah der kriegt voller zack jawoll noch einer unter uns ich markieren vor uns den kurz da der ist schon so gut wie down Achtung der rechts von uns links von uns überall Hilfe 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 ja überall ah ha 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 loll der ist ins reingeflogen der ist auch abgestürzt was war denn das ja ich habe aber eben auch noch einen angeschossen also mhm auf ein neues also mir macht das total Laune irgendwie mit verkackte Kills da hinten ist einer ja rechts der ist down ja wir brauchen mal Hilfe ich geh mal hinter aah komm schon immer einen Meter jetzt gehs nicht der ist immer noch da jetzt ist er down ja super jetzt treff ich so jetzt kommt da einiges ohja oh pass auf das sind vier stück jetzt den einen habe ich weg direkt vor uns ist noch einer der geflärt einmal nein ich habe kein Dings mehr Achtung Raketen kommen ok der ist weg nehmen wir den hier vorne ja den habe ich schon einmal getroffen mit der Sue markiert ich habe auch ist down sehr schön ja super wuuuuh schöne Runde jetzt schauen wir nochmal wie es aussieht und dann machen wir noch eine zweite Runde wo du denn fliegst und ich mal versuchen mit der TV zu treffen du hast 13,3 ich 9,3 also wir können uns nicht beschweren also es ist eigentlich ganz gut gelaufen jo mal dann zweite Runde und auf gehts ach so stimmt ja ich muss sagen jetzt will ich fliegen ja ich flieg sonst mit dem Kontrolle wie mich immer da hinten sind einige aber die sind noch ein bisschen weit weg links ist gar nichts ja zwei vorne ich versuche es mal ja sieht gut aus sieht gut aus treffer ja schön und hat es da ja sieht so aus oder er ist down ja jetzt ist er down suchen wir ein neues opfer direkt vor uns direkt vor uns bin raus oh der fliegt aber schnell nach unten schnell nach unten und treffer schön wir auch oh fuck oh fuck oh fuck oh fuck ich steig aus will aussteigen oh man scheiße ich muss nochmal meine Steuerung einstellen Ich glaube das war ja der Berg der wurde versetzt und der wurde versetzt auf jeden fall ja deswegen keine chance gegen den Berg los geht's aber wir sind da ziemlich weit also die und wir sind da ziemlich gut aufgestellt da vorne so wie es aussieht ja da hinten kommt einiges auf uns zu ich geh mal raus mal gucken ob ich es schaffe da geht wenig einer da kommt einer auf der rechten Seite nein ooooh knapp Treffer hier unten ist ein hier vorne unter den Zeppelin hier der hat schon einiges oh da ist er ja Ah jetzt bist du weg jetzt taucht er weg da kommt ein neuer ja pass auf der kommt von hier der andere da vorne da ist down Links? Oder hier rechts auch noch einer. Ja, ich hab'n feindlichen Helikopter gelenkt. Ist down. Schön. Geh' mal zurück, kurz nachladen. Oh, da kommt was auf uns zu. Wir werden anvisiert. Okay, umdrehen. Äh, wo sind sie denn? Ach, da hinten. Oh, da kommt einiges. Pass auf, da kommt jetzt ein V, glaub' ich, auf uns zu. Ja. Ah, uh, knappe Sache. Äh, wer schießt du von da drüben? Ah, linke Seite ist was. Den hol' ich mir hier. Ah, knapp vorbei ist auch daneben. Wo ist denn der? Geh' mal hoch. Ach, so rechts kommt einiges, ne? Äh, wo sind sie denn da? Ich hab'n feindlichen Heli gesichtet. Oh, da ist auch einer. Hier. Das ist unsere Reichweite. Unterwegs, 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 unterwegs. Treffer nicht daneben. Ah, scheiße. Was machst du denn da? Komm zurück. Bats, weg da. Der ist aber hinter uns jetzt, ne? Dreh dich schnell. Woll! Wie hat er denn das? Oh mein, wieso drittst du den nicht runter? Das ist halt auch geil. Ey, die sind schwerfälliger geworden. Im Gegensatz zu Battlefield 3 sind die Hubschrauber jetzt echt schwerfällig. So, weiter geht's. Na, links um den kümmern sie sich. Rechts da, den könnten wir vielleicht abfangen. Ah, der kriegt jetzt von den beiden schon einen Schuss. Ah, der ist down. Ah, nee, der lebt noch. Oder? Oh, nee, der lebt noch, ja. Ah, jetzt ist er mit der Berg. Ah, jetzt hat er an. Vorne ist was. Ja, da kommt einiges. Nur auf den einen da hinten, den hole ich mehr mal. Mal gucken, ob ich den kriege. Ja, gut. Jawoll! Treffer! Treffer weg. Zweitens, ich gehe hier in Formation mit den anderen. Nein, das war wohl nix. Mal ein bisschen markieren hier die Geschichten. Jetzt halt jetzt kickter, jetzt kickter, jetzt kickter. Ach, der nach vorbei ist auch daneben. Und? Treffer. Den da hinten nehme ich mal mit der TV. Mal gucken, ob ich das schaffe. Einziger Helikopter-Gesicht! Treffer? Ich erzüb' ich krieg' die V-Meer, kacke! Komm, schau, komm, schau, komm, schau! Feuer! Feuer! Ah! Ah, da müssen wir raus! Da oben links ist einer! Vorsicht, der schießt auf uns! Flex! Umdrehen, umdrehen, umdrehen! 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 Oh, wir trinken richtig auf die Fresse! Versteh' mich nicht, wenn wir mal die Flares nicht rausgehen! Ich geh' mal hoch, ich geh' mal hoch! Ah, scheiße! Jetzt aber! Oh, wieder daneben ist'n los hier! Treffer! Treffer, down! Ja, ganz unten kommt einer angetüdelt! Vorsicht, links, 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 links! Guck auf das Kästchen unten! Ja, ich seh'n! Ja! Tschüss, rubei! Schön, schön, schön! Ich hab' zwar schöne Raketen mal daneben gehustet, aber das eine oder andere hat getroffen! Ja, wenn's euch gefallen hat, lasst dem Video einen Daumen nach oben da! Wenn wir mehr zeigen wollen, schreibt's unten in die Kommentare mit Hashtag mehr! Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen, haupt's und bis zum nächsten Mal! Tschüss! Ciao, ciao!